Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein neues Spiel, Arise a Simple Story, erschienen im Dezember 2020 im Steam Workshop. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber wir beginnen jetzt selbstverständlich ein neues Spiel. Es geht um Liebe und Verlust und überhaupt. Der Fortschritt geht verloren. Ja, da bin ich mir absolut sicher. Das Spiel lebt übrigens sehr von der Musik. Ich hoffe, das ist YouTube-sauglich. Weiß ich noch nicht. Muss ich erst mal gucken. Musik Und da sind wir. Jawohl. Nochmal herzlich willkommen zu Rise. So, wir sind dran. Er ist offensichtlich gestorben und Er lebt nun das Leben nach dem Tod. Oh, cool. Da habe ich schon Gänsehaut. Es wird nicht viel gesprochen in dem Spiel, aber nichtsdestotrotz. Er guckt sich erst mal um und da müssen wir offensichtlich hin. Morgen, steh mal auf. Jawohl. Ah, die Pig-Ex hat er auch dabei. So, da sollen wir offensichtlich hin gehen. Halt halten, sehr gerne. Oh, eine Blüte. Was passiert jetzt? Hm, er schläft wieder. Aber es ist drüben geworden. Na, sieh mal an. Hm. 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 Sieh. Da drüben müssen wir offensichtlich hin, ne? Okay. So, was ist mal gucken. Wie können wir uns dann einen Weg bauen? Rechts und links. Ah, damit können wir den Wasserstand verändern. Okay. Cool. Okay. Also, wir müssen da erst mal über die Insel rechts und dann nach links rüber, bevor wir auf die große Insel kommen. Warte mal. Ja, funktioniert. Okay. Gut. Typische WASD-Steuerung. Also, bis jetzt alles gut. Und hier gibt es offensichtlich etwas zu helfen. So. Ah. Na, Wehrtaste halten für Springen. Jawohl, das kann er ganz super. Was haben wir denn hier? Ist das er? Ist das er als Kind? Hm. 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 Ja, du bist alt geworden. Das passiert uns allen. Alles gut. So. Dann lass uns mal schauen. Direkt hier nach links rühren kann er wahrscheinlich nicht. Da sich ein... Was bewegt sich da ein Floß? Mehrere Flöße. Okay. Aber wir gehen erst einmal hier rüber. Gehüpf. So. Spreng. Geht. Okay. Dann werden wir noch Lehrtaste halten. Uh. Okay. Okay. Ah. Kann er aber noch hochklettern. So. Warte mal. Den Wasserstand senken. Okay. Gehüpf. Noch mehr senken. Und da kommen wir runter. Super. Ähm. Wie weit geht das? Nur bis dahin. Hm. Okay. Gibt es denn hier auch ein Floß? Da gibt es auch ein Floß. Okay. Ja, prima. Ja. So. So. Erstmal hier rüber. Den Wasserstand ein bisschen absenken. Und dann da rüber. Noch mehr absenken. Und... Ja. Okay. Oh. Es geht noch weiter. Oh. Ein Hüpf. Okay. Und da sind wir am Strand. Ja, wunderbar. Guck mal. Das ist wieder ein Floß. Damit kommen wir nach oben. So. Halte ich gut fest. Das Wasser steigt. Ah. Es wird Sommer. Ja. Genau. Klettert mal hoch. Okay. So. Ach. Ach. Wie niedlich. Oh. Okay. Was haben wir denn da oben? Wie komme ich da denn hin? Hier rüber, ne? Und manchmal kann ich da mit dem Schnee irgendwas machen. Nein. Irgendwie nicht so richtig. Oh. Warte. Nein. Springt hier noch runter, ne? Ich komme noch nicht drauf. Ah. So geht das. Okay. Gut. So. Na gut. Kriege ich Sinn, da rüber zu springen? Na schauen. Ne. Kriege ich wohl nicht hin. Hm. Hm. Okay. Wie komme ich da jetzt auf? Warte mal. Wenn ich den Schneepegel erhöhe. Ah. So. Ich hätte auch direkt da drauf klötern können. Ja. Okay. Wunderbar. So. Und Hüpf. Oh. Erinnerung enthüllt. Zeig mal. Oh. Er war ein einsames Kind. Die anderen wollten nicht mit ihm spielen. Hm. Och. Menno. Der Ärmste. Hm. Ja. Passiert, ne? Kinder sind doof. Meinen Kinder sind nicht doof. Aber Kinder können ganz schön fies sein. So. Was haben wir denn da unten? Oh. Finde ich voll gut. Was ist das? Hm. Wieder eine Blume. Hm. Dann nimmst du sie mit. Dann nimmst du sie mit. Hm. Okay. Und dann geht's schon weiter. Na schön. Okay. Warte mal. Erst mal Wasserstand erhöhen. Ja. Da kommt auch das Floster an. Gut. So. So. Was jetzt? Ah. Okay. Ich kann den Kamerawinkel reinhören. Ach. Cool. Das wird noch hilfreich werden. Hilf. Nein. Oh. 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 Ich kann als Tote offensichtlich auch sterben. Na sowas. Hm. Gut. Probieren wir's nochmal. So. Hüpf. Ja. Okay. Ich bin jetzt weiter. Da ist noch ein... Ah. Ei. Okay. So. Ich bin jetzt noch weiter. Da runter. Hm. Nee. Das war nicht gut. Okay. Wir müssen wohl jetzt mal hier runter gehen. Ah. Na komm. Ei. Okay. Gut. Wo geht's denn hier entlang? Nein. Dann kann ich das Wasser nur steigen lassen. Wie witzig, dass er die... Dass er die Spuren im Schnee hinterlässt, ne? So. Hier könnten wir hochkommen. Das sieht gut aus. Jawohl. Ah. Oi. Okay. So. Kommen wir da direkt hoch? Nee. Das scheint nicht zu klappen. Kommen wir da rüber? Ah. Dieses Floß hier bewegt sich. Okay. So. Hüpf. Okay. Aber jetzt bin ich da drunter. Nee. Das ist keine gute Idee. Ah. Hier. Aber das Floß kommt dran. Okay. Nehme ich das. Oh. Oh. Mensch. Das geht unter. So. Wie jetzt weiter? Ah. Geschickt. 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 Hüpf. Hüpf. Und dann sind wir hier. Jetzt ist nun die Frage, wie kommen wir da... Da sehe ich stiegen. Das müsste doch funktionieren, ne? Okay. Okay. Den halten. Oh. Geschickt. Geschickter Kletterer. Wow. Und schon sind wir oben. Na. So. Mal gucken. Wie kommen wir hier jetzt weit? Da scheint es wieder runter zu gehen. Nee. Wir gehen erst mal nach oben, oder? Ich würde jetzt mal versuchen, nach oben zu kommen. Oh. Achso. Ja. Richtig. Steuerung durchhalten. Hoch. Nee. Wie geht das? Oh. Okay. Jetzt muss ich mit Kuverts. Und. Hüpf. Nee. Hä? Hoch. Noch ein. Hoch. Hoch. Okay. Jetzt springen. Nee. Hä? Wie geht das? Äh. Nee. 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 Achso. Gedrückt halten. Okay. Ja. Schon gut. Okay. Das kriege ich hin. Vielleicht doch nicht. Oh Mann. Okay. Also. Die Umschalttaste gedrückt halten. Jetzt springen. Springen gedrückt halten. und nach oben. Ich halte alles gedrückt. Hä? Wie bin ich denn eben da hochgekommen? Nee. Hä? Wie geht das? Also. Die Hochstelltaste gedrückt halten. Und dann. Wie viel nach oben? Jetzt springen? Erst leertaste, dann das? Nee. Oh, okay. Mehrfach drücken. Ja. Und nicht loslassen. Toll. Kann sich nur noch umschlungen handeln. Mehrfach drücken. So. Und jetzt? Nach rechts rüber. Wie kriegt ihr das denn? Ah. Einfach so? Okay. Nach oben. Leertaste mehrfach drücken. Nee. Diesmal will das nicht. Ah, doch. Okay. So. Und jetzt hier. Wahrscheinlich nach da. Ui. Ah, cool. Das ist cool gemacht. Ja, okay. Das wird mich noch mehr vor Probleme stellen. Oh. Oh, guck mal hier. Er schaut in die Ferne. Woher schaut er denn? Ah. Ein Haus. Okay. Wow. So, hier geht's runter. Ich hätte erst nach unten gehen müssen, ne? Was gibt's denn da unten? Das war jetzt doof. Ich möchte hier noch nicht weitergehen. Ich möchte erst wissen, was da unten ist. Okay, Leute. Sorry, aber wir müssen noch mal runtergehen. Ui. Bums. Oh nein. Ich bin gestorben. Toll. Gibt's keinen Weg zurück? Das wäre aber doof. Es gibt keinen Weg zurück. Ne, doch hier im Schnee. Der hat den Sturz abgefahren. Ich würde gerne erst wissen, was hier unten ist. Das halten. Ah. So kann man nach unten klettern. Okay. Okay. Und einfach loslassen. Gut. Was haben wir denn hier unten? Da ist nämlich noch eine Erinnerung. Ja. So. Escape. Okay. Die anderen spielen mit Huben. Und sie spielen vor allen Dingen mit einem Mädchen. Hm. Eine Freundin von dir? Oder möchtest du, dass es eine Freundin von dir wird? Während es nur seine spätere Frau kennt. Hm? Okay. Okay. Ja. Okay. Warte. So. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber das ist für mich auch eine ganz gute Möglichkeit, das nochmal zu üben. Das werden wir bestimmt noch häufiger benötigen, ne? Okay. So. Nee. Mehrfach drücken. Ah. Okay. So. Nach rechts. Nach oben. Ah, das geht ja nicht. Mehrfach drücken. Jawohl. Okay. Hüpf. Okay. Nach oben. Nach oben. Ja. Okay. Wunderbar. Funktioniert. So. Okay. Das hier hatten wir schon mitgekriegt, ne? Jawohl. Da hinten sehe ich noch eine Erinnerung. Okay. Da werden wir hier wohl... Ja. Wird eigentlich ein bisschen anstrengend, ne? Kommen wir da direkt hin, wo doch hier Schnee liegt? Und dann müssen wir gucken. Jawohl. Das geht. Nehmen wir eine kleine Abkürzung. So. Und jetzt da hinten. Oder warte mal. Wie war das? Nee. Mit Plus, Minus kann ich hier nicht arbeiten. Hüpf. Okay. So. Jetzt abhören wir nach rechts rüber, ne? Ja, okay. So. Was haben wir denn hier? Oh. Sieh an. Ach. Das Mädchen interessiert sich aber für ihn. Und er ist schüchtern. Guck mal. Ganz rote Bäckchen. Oh. Schön. Schön. Tolle Geschichte. So. Wir laufen weiter. Gibt's auf dieser Seite noch etwas? Nee, hier gibt's nichts mehr zu entdecken. Jo. Ähm. Warte mal. Doch, warte mal. Vielleicht kommen wir da ja rüber? Fragezeichen. Hier geht's nur nach unten, ne? Ja, hier kommen wir nur nach unten. Okay. Das wird nix. Gut. Wir müssen uns also da drüben einen Weg rüber suchen. Ja. Okay, jetzt können wir wieder Plus Minus verwenden. Ah, okay. Hier kann ich das Wasser steigen lassen. Ja, super. So. Na gut. Hüpf. Okay. Jetzt ist so die Frage, wohin? Weiter nach oben. Bringt nichts. Ich muss jetzt nach unten, ne? Okay. Ja, dann kann er da entlang laufen. Schön. Wie auch die Kameraführung gemacht ist. Ah, find ich voll gut. So. Ach, ja, ich weiß. Ich mute dir eine Menge zu. Ah, okay. Wir haben mal ein bisschen Jump and Run. Hüpf. Hüpf. So, und jetzt hier kommt da noch was hoch. Es kommt ein Brett da hoch. Oh, das Brett scheint uns aber erst mal anders hinzuführen, ne? Ah, nein. Ach, nein. Och, Menno. Okay. So, nochmal das Wasser hochsteigen lassen. Gut. Und hüpf. So. Wann führst du uns denn? Wann führst du uns da hin? Ich kann den Kamerawinkel wieder ändern. Ich will den Teeban weiter nach oben stellen. Das wird jetzt knapp. Okay, probieren wir es mal. Na, das war gar nicht. Ach doch, das war es. Doch, das Wasser ist hier flach. Okay. Ja, ist gut. So. Gut. Alles klar. So, erneut eine Kletteraktion. Warte, wie war das mit Shift, ne? Ne, äh, Umschalt. Ja, Umschalt gedrückt halten. So, und noch höher. Super, Kletter. Okay, so. Jetzt hier. Zack. Hoch. Geht das auch? Ja, funktioniert. Macht das vor allem. Okay. Nochmal. Gleich hast du es geschafft. Jawohl, sehr gut. Okay, wir sind oben. Speichern. Da ist das Haus. Wow. Aber ich mache es mal wieder Frühling, ne? Frühling gefällt mir irgendwie besser. Hier läuft er durch die Brunen hindurch. Wunderschön. Laute Musik. Sehr laute Musik. Ah, alter. Ne, warte mal. Das muss ich jetzt mal ändern. Das ist nicht gut. Moment. Das wird mir zu laut hier. Ähm, ne. Falsch. Änderung behalten. Ja. Moment. Sound. Okay. Getlaut. Lautstärke. Ja, bitte. Ein bisschen, ein bisschen geringer. Okay, super. Weiter. Das ist immer noch arg laut, ne? Das ist immer noch arg laut. Sorry, dass ich euch damit jetzt behelligen muss. Aber das ist mir zu laut. Wir machen das auf eins. Okay. So. Ja, besser. Da oben müssen wir hin. Ich sehe mich erst mal hier unten um. Warte mal. Okay. Äh. Oh, das geht da tief runter. Kann ich die Meeresspiegel steigen lassen? Ja. Da ist eine Erinnerung. Wann gut, dass ich hierher gekommen bin. Oh, guck mal. Das Mädchen wollte tatsächlich was von ihm. Oh, sie tanzen. Hey. Wir haben Spaß. Voll schön. Finde ich gut. So. Wir sollen da oben hochgehen, ne? Offensichtlich. Da ist nichts mehr. Da sollen wir nicht hin. Was ist denn hier? Oh, er schiebt dir die Blume. Ach, wie süß. Ja. Du hast die andere aufgehoben. Ach, mei. Hm. Ja? Was jetzt? Süß. Echt süß. Och. Das ist ja niedlich. Oh. Oh, er ist wieder hier. Okay. Ach, war das quasi wie ein Kapitel? Können wir das so sehen? Weiß nicht. Aber hier ist jetzt die nächste Erinnerung. Ja, jetzt gedrückt. Das nächste Kapitel sozusagen. Hm. Was ist das? Sie haben sich also schon in ihrer Jugend kennengelernt. Als Kinder kennengelernt. Ah. Ich hoffe, sie kommen zusammen. Hm. Da ist sie. Oh, da sind die beiden. Guck mal. Freude. No. Sie lassen einen Drachen steigen. Oh. Scheint ganz schön binig zu sein. Oh. Oh nein. Er fliegt weg. No. So, und jetzt sind wir wieder dran. Wir können, was können wir machen? Okay. Da ist der Drachen wieder da. Hm. Und hier wird es abend. Da ist er nicht mehr da. Aber er kommt nicht weit genug heran. Ja, das ist leider das höchste der Gefühle. Hm. Ich würde mich erst mal gerne umsehen, was es hier sonst noch so gibt. Vielleicht finden wir ja noch eine weitere Erinnerung. Siehste? Ja. Als ob ich es geahnt hätte. Juhu. Erinnerung enthüllt. Sie hat Spaß. Wir haben beide Spaß. Ach, wie schön. Niedlich. Ja. Ja. So, lass mal gucken. Gibt es auf der anderen Seite auch noch etwas? Hüpf. Hüpf. Und ohne nass zu werden. Lass mich raten, wir müssen da oben hochklettern, um den Drachen genau an dem Punkt abzufangen. Ist hier denn noch was? Ich bin zu neugierig. Ich weiß. Das ist aber eine sehr große Blume. Okay. Okay. Nee, hier scheint es aber nichts weiterzugeben, ne? Für die Geschichte nicht weiter relevant. Also gut. Dann versuchen wir uns mal an dem... Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich arbeite dran. Hüpf. Naja, gut. Da gab es dann doch masse Füße. So, hier sollten wir doch hochkommen können, oder? Warte. Wie ging das noch? Moment. So, die... Und jetzt... Nee, wohl nicht. Ich hätte... Nee, das geht wohl nicht. Okay. Müssen wir erst den Weg da drüben nehmen, aber ich sehe nicht, wo es da weitergeht. Hm. Bin ich hier hoch? Warte mal, kann ich hier hochklettern? Vielleicht auf diesem Klee? Nee, den Klee erkennt er nicht. Und hier lässt er mich nicht sprengen. Hm. Das funktioniert wohl nicht. Okay, das war... Oh. Oh nein. Oh, jetzt habe ich es verrissen. Oh nein. Oh nein. Das will ich nicht. Ich möchte... Nee. Gib mir den letzten Checkpoint. Oder ist das hier sogar richtig? Das ist richtig. Entschuldigung, ich muss losen. So, wo komme ich denn hier lang? Komme ich von hier wieder nach oben? Nee, wohl nicht. Ich möchte mal aber, wenn ich hier die Zeiten ändere, was passiert dann hier? Hier passiert gar nichts, ne? Hm. Sollte ich hier sein? Nee. Da kann ich irgendwie rüberhüpfen? Oder so? So, Verzeihung, hatte ein Frosch im Hals. Jetzt aber. Wo kommen wir denn hier lang? Okay. So, kann ich da auf die Blume springen? Das sieht nicht so aus, ne? Nein. Da geht es nach unten. Ah, und das hier ist der letzte Checkpoint. Okay. Das Drachenrätsel haben wir bedauerlicherweise versorgt. Was? Althalten? Oh. Ach. Okay. Das muss ich jetzt nur üben. So, nochmal da hoch. Althalten? Nee, das nicht. Das ist die Althaste. Okay. Ah, da fliegt er uns da rüber. Fliegt er uns denn hin? Können wir hier auch was Cooles entdecken? Ist mal los. Nein. Hier können wir nichts Cooles entdecken. Also gut. Na schön. Wir müssen also rüber zu dieser anderen Insel da. Althalten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020